So, Balloxen in die Terralog und ich starte Kartoffelroden um 8 Uhr bis jetzt halb 8 Uhr, liebe YouTube-Freunde, erstes kleines Feld, Agria ist jetzt fertig gerodet. Es war heute ein bisschen ein verrückter Nachmittag, der Ostwind, oder wie wir sagen, die Biese hat gebläst wie verrückt und es war mühsam hinten auf der Maschine. Ich in der Kabine habe das gut. Ja, der Bauerhaus schaut wieder mal auf die Uhr. Halb 8 Uhr, ich habe schon Feierabend. Nacht, das Nachtessen ist schon durch. Ganz Feierabend noch nicht. Jetzt kommt noch einer. Ja, und da müssen wir noch die GELAN Herbsterhebung machen am Computer online. Ich habe da jemanden, der mir hilft, weil die GELAN Datenbank ist mir zu schwierig zu bedienen. Da lasse ich mir lieber helfen. Und dann ist Feierabend. Ja, das wird, jetzt ist 8 Uhr. Puh, das wird 9.30 Uhr. Dann ist Feierabend. Ja, ne?